Hallo Leute, Matthew und wir spielen weiter Dead Space 2. Oh ja, ich glaub doch nicht. Es gibt dummerweise hier keinen richtigen Safe-Spot, das ist dumm. Seht ihr? Oh, jetzt kommt der von hinten. Okay, cool. Was? Oh, ich glaub ich hab's geschafft. Und wie viele Heilgegenstände haben wir noch? Eins. Puh, Glück gehabt. Wie gesagt, eine der nicht so binären Stellen im Spiel. Ich hoffe das war's. Noch eins. Da müssten wir rein, okay. Ah, zwei Heilgegenstände, okay. Wen kommen wir jetzt hier vor? Wir kommen in der Solaranlage Sieger Sigma Zero Roll 5. Eine ordnungsgemäße Identifikation. Wer in den Abstand geht? Ich bin hier auf dem Plan. Nö, ehrlich gesagt gerade nicht so, aber du wirst schon wissen was du tust. Oh, wir haben ganz schön viele von denen fällt mir gerade mal auf. Ah, die werden gespeichert ne dann, wir kaufen aber noch ein bisschen, so, das sollte erstmal reichen. Danke, ich bin zwar nicht der, der du denkst, der ich bin, aber, pssst, nicht verraten. Ich muss nun mal hier lang. Das war es. Ich bin mir nicht verraten. Ich bin mir nicht verraten. Ich bin nicht verraten. Ich bin nicht verraten. Das stimmt, ich glaube, ich weiß, wie es ging. Habe ich genug Autorisierung jetzt? Schöne, wie mir die Leiter gerade mal den Schuss versperrte. Ach ja. Lass mich mal hier ein bisschen einsammeln. Das mag mir gerade nicht gefallen. Wachmann Power Clips. Unautorisierte Benutzung wird Zugangslift erkannt. Bitte antworten Sie. Wachmann Power Clips. Wachmann Power Clips. Wachmann Power Clips. Tschüssi! Kann ich überhaupt Energieknoten? Jo, zwei. Ach du bist so einer, sag mir das du. Ich habe ja schon ganz vergessen, dass es da auch solche gab. Da hätte ich 3 und hier bräuchte ich 1, okay, dann ist das schonmal erledigt, dann kann ich mich jetzt hier drauf konzentrieren. Erstmal. Okay. Achso. Ich weiß, dass Sie da oben sind. Selbst wenn Sie lange hier gehen, um die Nähe wieder hier zu stellen, gibt es kein Entkommen. Alle Rufen zum und vom Regierungssektor werden überwacht. Geben Sie mal. Das habe ich so nicht kommen sehen, wie man gemerkt hat. Bitte lass mich oben spawnen. Ich glaube, ich lass den Gegner nächstes Mal. Einfach rein springen. Hallo Gegner. Wenn du hier ein bisschen kommst, dann habe ich hier geblieben. Du steckst mich selbst. Ich werde das ein Großteil mit dem Kapitänkasten machen. Jetzt ist das ein Bein. Du bist am Ende. Unautorisierte Nutzung Unautorisierte Benutzung mit Zugangsschliff erkannt Bitte abwarten Sie Unautorisierte Benutzung mit Zugangsschliff Unautorisierte Benutzung mit Zugangsschliff Unautorisierte Benutzung mit Zugangsschliff Anfege момент Anfege Sch�z Hau Waren das alle scheint so Ich hoffe, der stört mich. Doch, tut er. Boah, wie mir das gerade auf die Nähe hingeht. So, nochmal einmal hier rein. Ich könnte noch da hoch, aber nö. Ich werde mal ein bisschen Zeit für meine Lebenspunkte haben. Ich wusste, dass die da sind und natürlich schrenne ich absichtlich rein. Aber trotzdem, die Folge ist dann hier zu Ende und wir sehen uns gleich wieder.